Wow! Und ich hab zwei Schnaller! Was ist wohl besser? Wenn ich die meisten Münzen hab, krieg ich am Ende vielleicht einen Bonus stellen. Jetzt nehm ich dir deine Münzen rein. Achso, äh... Ach, rot bin ja eher... Oh man, ich bekleckere mich mal wieder nicht mit Rom. Wobei, ich hab mich heute mit echt vielem bekleckert, ja? Ich hab's geschafft, meinen Kaffee über das Hemd zu kippen. Ich hab's geschafft, mir Nutella über das Hemd zu schmieren. Das sah aus, als hätte ich mich grad eingemacht. Apropos Kaffee, ich glaube, ich bräuchte dann irgendwann mal heute einen. Nein! Okay. Bist du koffeinsüchtig? Ja, ich bin dabei. Ich hab ja nicht zufällig eine Kaffeemaschine neben meinem Bett stehen. Ja. Leute, ist das Beste. Kaffeemaschine und direkt da drunter der Kühlschrank. Du brauchst nie wieder aus dem Bett gehen. So viel zu koffeinsüchtig, ne? Vor allem, weil ich so viel Kaffee an einem Tag trinke. Eine Tasse. Also auf der Arbeit abends trinke ich echt ne Menge. Wirklich ne Menge. Dadurch, dass meine Arbeitstaten halt grundsätzlich so von 8 bis 1 Uhr sind. So in der Pause so ein Espresso gar nicht so verkehrt. Mario, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Rumstinken. Echt. Luigi ist viel cooler. Hat man in Luigi's Mansion gesehen. 1 und 2. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass die Farbe seines Schnurrbartes nicht mit der Farbe seiner Kotletten immer einstimmt? Sein Schnurrbart ist schwarz, er hat aber definitiv braune Haare. Das bugt mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Das ist aber bei Mario auch so. Ne, ist eben die Rede von Mario. Ist das bei Luigi? Ja, bei Luigi ist das auch so? Verdammt. Und selbst bei Wario ist das so. Wenn es jetzt bei Wario und Luigi auch noch so ist. Das hat bisher nie einen interessiert. Mich interessiert. Ja, dann bist du bei Mario Franchise aufgehoben. Dann spielt Donkey Kong oder Zelda. Link hat keinen Bart. Und Zelda auch nicht. Zelda mit Barbara echt so ein bisschen. Ach, da gibt es ja interessante Theorien dazu, wenn Zelda sich in Cheek verwandelt. Oh. Ah. Zu spät. Also ich meine, wenn dann Zelda mal mit Link und dann... Oh yeah. Oh yeah. Das hat man alles schon bei Marcel gehört. Warum bin ich jetzt wieder ganz oben? Egal. Physics. Ich weiß gar nicht, was es mit Physik zu tun hat, aber... I got lots of money. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. Baladadada. Jeez. Kapla. Hoppla. Klingt, als ob eine Menge. Hoppla. Klingt, als ob eine Menge Hoppla. Kennst du das nicht? Nein. Nicht. Eine der besten Sponsor-Folgen. Klingt, als ob eine Menge Hoppla. Patsch. Klingt, als ob eine Menge Hoppla nötig wäre, um einen Krabbenburger zu machen. Richtig? Falsch. Du kennst die echt nicht? Nee, ich habe das nicht so gesuchtet wie du. Hoppla. Also, ja. Seitdem bei Watch, er war die ganzen Sponsor-Folgen inzwischen drauf. Da habe ich das echt durchgesucht. Erst Breaking Bad, dann Dexter, dann Sponsor. Dexter hat mir nie zugesagt. Ich habe da, glaube ich, mal drei oder vier Folgen von gesehen. Bei Dexter war das so ein Problem. Die ersten paar Folgen in der ersten Staffel fand ich wirklich anstrengend zu gucken. Aber so ab der zweiten Staffel hat das irgendwie so eine Eigendynamik bekommen und hat echt Spaß gemacht. Also, ich muss ja fast sagen, aber aufpassen, was man jetzt sagt. Ja, bei Dexter schon. Aber es hat mir echt gefallen. Anders bei Breaking Bad. Bei Breaking Bad war ich von Anfang an dabei und dachte mir, was für eine geile Sendung. Mhm. Und es gibt eine Menge Leute, die sagen, Breaking Bad sei ... Och, nee. Wow, Weegee. Weegee. Sei komplett überbewertet. Im Gegenteil. Also, ich finde, Breaking Bad ist wirklich, wirklich heillos unterbewertet. Und es ist schon echt gehypt. Nie geschaut. Echt, wirklich. Es ist eine super Serie. Vor allem für angehende Chimile. Das einzige, was ich mir demnächst anschauen möchte, ist Navy CRS. Oh ja. Weil ich die Serie absolut liebe. Ich auch. Ich habe es irgendwann schon mal angefangen und bin, glaube ich, bis knapp Hälfte der ersten Staffel gekommen. Oh, das reicht. Und dann habe ich es aus dem Auge verloren. Dann müsste ich jetzt wieder von vorne anfangen. Also, ich habe tatsächlich, glaube ich, so die ersten vier Staffeln, habe ich, glaube ich, durchgesuchtet. Also, so bin ich so eine Nacht durch. Ja, WatchEver ist echt ... Netflix kommt jetzt auch noch dort schon. Aha. Die Preise sind sogar so ein bisschen durchgesickert. Ich gucke so auf einer anderen Seite. Arrrr. MyFriend oder KinoX.de. Nein. Gibt es die eigentlich noch? Ja. Oh ja. Ich weiß noch. Ich war am Anfang bei Kino.de. Darf man das sagen? Die Seite gibt es nicht mehr, also ja. Ah, dann ... Deswegen gibt es ja jetzt Kinox. Richtig. Wir beide spielen zusammen, wie du siehst. Das heißt, wir sollten uns irgendwie absprechen, in welche Richtung wir gehen. Also, jeder von uns steuert die Hälfte quasi. Ah. Und das kumuliert sich. Ach, dieses Scheiß. Ah, okay. Beim letzten Mal haben wir da gegeneinander eingetreten, jetzt sind wir zusammen. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Und nicht mit Steuerkrotten. Ja. Aber so halten. Das habe ich da gerade noch gesehen. Also, so minimal aufmerksam bin ich dann doch noch. Los. Auch wenn wir jetzt schon ... Los, ein bisschen nach links. Die so ein bisschen rauskippen. Äh. Äh. Unserer. Auffassen. Ah, verdammt. Ups. Auffassen, genau. Den wollten wir nicht nehmen. Ja. Auffassen. Ja. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Wir sind gut dabei. Total. Ich komme mit der Steuerung immer noch nicht zurecht. Äh. Deswegen kam ich das schlecht, weil du soll. Ja, alle. Komm am besten über die roten, ja? All me. Yeah. Alter. Alter, wieder neben den ... Achso, hörst du noch mal keine Zeiten. Ah, komm. Hey, neuer Rekord. Wie. Wui. Cool. Ey. Das ist echt schwer. Und das finde ich echt lustig, wenn die da hinten ... Die, die am Hindi so toll sind. Oh. Buh. Genau, wenn das noch mit drauf wäre, ne? Alter. Oh. Hu. Oh. Alter, warum hat der einen Stern? Der sollte keine ... Ich will nicht dritter oder zweiter werden. Bin so ... ich bin letzter also. Ich bin ganz zufrieden. Yeshi. Beim letzten Mal auf der Strandmap war ich auch ganz zufrieden. So, mit 8 Sternen zu 5. Ich bin wieder überall, nur nicht da, wo ich hin sollte, ja? Das war auf der Strandmap, war mal außen. Dann warst du andauernd am Anfang. Ja, mit dem Unterschied, dass ich da nicht von Anfang an geführt habe. Das stimmt. Naja. Oh, ja. Oh, doch, doch, das ist echt gut. Ja, danke. Bla, 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 bloop. Stern. Ich hab nur Stern gelesen. Weißt du? Was? Jetzt schon? Ja, deswegen wollte ich einen Kaffee haben, die Nase. Ich mach einen Game-Counter. Okay, du hast es. Wow. Achja, wow hat er auch noch. Stimmt ja. Achja, hoho, warte. Gott. Ich muss definitiv meine ganzen Aussagen, die ich heute mache, irgendwann revidieren. Ich seh's ja schon. Okay. Also eigentlich hat er so 4,5. Er hat am Anfang dieses Welcome to the Star Carnival. Und dann hat er dieses You know. Und dieses Yo. Und dieses Wow. Und dieses No. Sehr schön. Block. Wer war das? Luigi. Ach, das ist gut. Ja, mit ganzen Schmetterlänge. Oder was auch immer. Vögel, keine Ahnung. Kennst du dieses Video, äh, alle Sprachen und Deutsch? So, dann kommt dann halt so, dann geht's halt um so bestimmte Worte. Und Schmetterling ist halt auch so einer. Kommt erst in so ein Engländer so, Butterfly. Und dann so, Farfalla. Mariposa. Und dann der Deutsche, Schmetterling. Es gibt da so gewandte verschiedene Worte. Schmetterling. Schön. Krieg ich jetzt ne Zahl über 5 hin? Äh, nein. Yeah. Wenn man übrigens nen Pasch würfelt, kriegt man echt Knete dafür. Und zwar richtig Knete. Cool. Schaff ich nur nicht. Bei der 2 war ja ein bisschen leichter. Sagst du. Äh, ich hab's schon geschafft. Hallo, Farz. Tu noch mal. Mach doch mal. Mach doch mal. Nö. Schade. Keine Lust, du. Nee. Nee. Mhm. Das ist jetzt ein... Kegelbonbon. Ein Kegel. Oh. Mathematisch gesehen ist das alles andere als ein Kegel. Egal. Dieses Spiel interessiert das nicht. Ja, dieses Spiel interessiert so vieles nicht. Wie zum Beispiel Genauigkeit. Und Physik. Und Physik. Guck mal ein Dino. Ja, ein Dino. Ein Dino mit Dino. Okay. Die gibt's im Double Dash. Im Dino-Dino-Dschungel. Okay. Kriegt hier mein Name und so. Mhm. Drei Luigi ist schon wieder. Plopp. Miep, 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 miep. Na, komm. Trifft er dich. Aber mit Sicherheit. Ja. Und Mario. Der kommt mit mir aufs gleiche Feld. Sackgratte. Bitte? Sackgratte. Plopp. Und nimmt dir schon wieder deinen Bonbon. Was heißt schon wieder? Ist das jetzt das erste Mal? Mh, eben an der Shaigai hat der auch deinen Bonbon genommen. Ja. Okay, ich hätte es anders formulieren sollen. Dann sprich nicht von Luigi, wenn du wieder sagst. Man hat dir schon wieder ein Bonbon abgenommen. Zufrieden? Ja. Vielen Dank. Danke. Oh, yeah. Super. Ich kann mir schon denken, was kommt. Wahrscheinlich wie das Seilchen-Spiel. Nee, ich glaub... Also mir ist es noch nie passiert, dass ich in einer Partie die gleiche, gleiche Spiel hatte. Hm. Oh, ja. Das Rotation Puzzle. Ich glaub, da bist du echt gelackmeiert, weil du die Bots hast. Die Bots sind echt schlecht damit. Zwei. Zwei. Drei. Du hast einen übersehen. Überhört. Also in der Mitte ist das das Bild, was ihr zusammensetzen sollt. Ja. Und wenn du halt auf ein Feld drückst, dann bleibt das halt stehen. Und die Bots sind halt wirklich... ...nicht gut da drin. Das heißt, die... Das kann man dann auch wieder weg machen oder bleibst du lieber im Richtung stehen? Ja, wenn du wieder drauf drückst, dann löst du das quasi wieder. Okay. Ja. Und ihr habt halt neun und ich hab vier Felder. Boah. Super. Und das mit den Bots? Ich sag ja, die Bots sind echt knalle Knüller. Knorke, wie man so schön sagt. Knüller Knorke. Sagt man das? Ja. What year is it? Hey, ein Chip-Chip-Ei-Wolke. Hey, ein Chip-Chip-Ei-Wolke. Oh, Chip-Chip. Nein. 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 Hallo. Kratsch. Ja. Super. Klasse. Oh ja, die Wolke. Ha! Siehste? So geht das. Mhm. Mhm. Beste... Ja, guck mal. Hey, mein Ei hat ein Gesicht. Und ne rote Backe. Schon wieder jemand, ich glaub ich sag. Yay, vier Felder. Hype. Das ist schon wieder so ein faires Spiel. Ähm, ja. Juchu. Muss man dich jetzt auch zusammensetzen? Wenn ja, kann man dich dann falsch zusammensetzen, bitte. So die Zunge und woanders hin. Ja. Das wäre etwas tiefer. Das wäre immer noch sehr, sehr unbefrieden. Das stimmt. Bleh. Gott. So. Ich glaub wir zerstören grad so viele Weltbilder. Oh nein, 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 nein. Angefangen mit deinem. Ich hab kein Weltbild. Achso, ja stimmt. Das haben wir letztens schon kaputt gemacht. Richtig. Bei Mario Kart zum Beispiel. Stimmt. Achja Mario Kart, das ist ein cooles Spiel. Das spielen wir auch noch. Freue mich drauf. Und ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, warum so viele Leute sagen Mario Kart Wii ist das Schlechteste. Ich finde es ist das Beste. Es ist an ein, zwei Stellen, es ist wirklich ein bisschen unfair, das muss man durchaus zugeben. Aber es ist definitiv nicht das Schlechteste. Ja, aber vor allem in Bezug auf Steuerung finde ich es echt geil. In der Steuerung fand ich Double Dash echt zum Kotzen. Double Dash finde ich geht sogar noch. Wenn ich jetzt mal DS oder 3DS angucke, dann... Ich meine ich habe Mario Kart 7, aber ich glaube ich habe es insgesamt 5 Stunden gespielt. Wenn ich mir da Pokémon angucke, 700 Stunden. 700 Stunden? Ja. Ja. Singles. Was machst du? Ins Bett gehen? Masturbieren? Einschlafen? Aufstehen? Masturbieren? Frühstücken? Spielen? Und dann wieder von vorne? Oder masturbierst du zwischen dem Spiel nochmal? Du musst ein Gentleman? Du musst mir nicht deinen Tagesablauf vorlegen. Oh nein! Mein Tagesablauf sieht anders aus. Und... Ach nein, ich lasse das jetzt. Am Ende gucken wir... Ist vielleicht besser so. Ja. Kampfmini-Spiel! Wenn es wieder 10 Münzen sind, ja. Dann waren es bisher jedes... Jedes Mal wo ich... Ah, guck mal 5. Es wird weniger geworden. Cool. Naja. Wir haben es ja, ne? Ich schon. Ich auch. Ja. Hab mehr als du. Zum ersten Mal. Nein. Stimmt, in den ersten 2 Runden hat es da auch mehr. Danke. Also in der ersten Runde hatten wir gleich viel, aber... Ohhhh... Ey! Das... das... Kennst du, ne? Das haben wir schon gespielt. Ach ja, das Karten-Mini-Spiel, wo mir keiner gesagt hat, dass man nur 5 Karten taggen kann. Ey, Julian! Julian! 5 Karten. Nicht mehr. Danke. Und am besten nicht mal 0. Ja, das wäre ein Vorteil. Übrigens, Julian! Vergiss nicht! Nur 5 Karten. Mhm. Übrigens wusstest du... Es reicht! Spoiler! 5 Karten. Spoiler! Ich halte dir gleich die Augen zu, dann kannst du gucken, was du kriegst. Besser nicht. Ich fände das fair. Oh! Mob! 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 Nein! Shit! Fuck! Äh! Nein! Oh, was mach ich denn hier? Ach komm, ich hab jetzt 3x mal 0. Mal! Mal! Mal ist gut! 0! Ach Gott, ich glaub ich hab jetzt wirklich 3x hintereinander mal 0. Ja, echt. Sehr schön. Bei mir lief's diesmal ein bisschen besser. Nee, also irgendwie... Weil ich diesmal drauf geachtet habe. Dieses Spiel ist so leicht. 50... Mal 0! Mal 0! Wow! Really easy! Super! Oh, jetzt bin ich drauf. Beim letzten Mal hatte ich 0 Punkte. Ja. Ich will nicht, dass Yoshi traurig ist. Yoshi ist so süß. Ich mag Yoshi nicht. Ich häng noch an Baby. Wie kann man Yoshi nicht mögen? Weil ich... Weil man Yoshi nicht mögen kann? Aber... 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 Aber Yoshi! Yoshi ist süß! Yoshi ist besser als Birdo, damit stimme ich. Ja, ok. Grundstück. Jeder ist besser als Birdo. Das stimmt. Aber Yoshi ist besser als Birdo. Ja. Gut. Sind wir uns also einig. Ja! Alle sind besser als Birdo. Oh ja! Wat für ne Runde! Okidoki! Hopp! Hopp! Hey, alle kriegen höhere Zahlen gewürfeltet sich. Mhm. Übrigens sieht man hier sehr schön, dass Mario die Blöcke nicht mit seinem Kopf, sondern mit... Schon wieder keine Münzen. Äh... Sondern mit seiner Faust anflägt. Das hat man aber quasi im ersten Mario auch schon gesehen, wenn man hingeguckt hat. Es gibt aber so viele Leute, die sich darüber aufregen, dass es so unrealistisch sei, dass man diese Blöcke mit seinem Schädel aufploppen würde. Ja, dann sollen die Leute mal ihre Lesebrille aufsitzen und dann mal die Spiele von Mario spielen. Ja, wobei... Bei diesen wunderschönen HD-Grafiken damals auf dem Gameboy... Äh... Ja, schon. Aber man hatte... Man hatte einen Orangeschaden, einen Pixel, der höher war als seine Kappe. Ganz im Ernst. Ja, aber das war so kurz, dass das... Boah, ich hab nur Zahl gewürfelt. Was denn da passiert? Oh ja, mach mal! Wer weckt den Seitenpunkt? Ja. Oh ja, ich will hier weg! Plopp! Einmal da ganz oben. Hey, du hast einen Stern! Cool! Also du wolltest jetzt eigentlich auf Nein klicken, ja? Du musst dich nicht daran erinnern, dass du auf Nein klicken wolltest. Hey! Ja, so viel dazu! Wie gesagt, wir wollten es mal wissen. Und ich hab sowieso verkackt, genau. Now you know! Jetzt kriegst du gleich drei Bonus-Sterne und dann... Bist schon mal mindestens gleich ein Breedgy. The more you know! Och nee! Nee, nee! Ich krieg Minimum einen. Ich bin jetzt schon das vierte oder fünfte Mal auf ein rotes Feld gelandet. Alter! Und jetzt kommst du auch noch auf das DK-Feld! Okay. Ich gebe zu. Das war's wert. Oh ja! Ich freudere mich! Einen weiter! Pam! Ja, siehst du mal. Worth it! Neee! Wir wissen es und ich hab einen Stern bekommen. Okay. Okay. Plopp! Es wäre so lustig, wenn ich einfach dahin gekommen wäre. Hier, da! Mit Rüge auf die Kappe dabei. Plack! So! Lass dir deine Lehre sein! Hey, da ist ein Stern! Der keinen Namen trägt. Aber zwar Augen hat. Ja. Ich glaube es sollen Augen sein. Es sollen Augen sein bestimmt, oder? Fragen wir mal andersrum. Was soll es sonst sein? Nasenlöcher. Das klingt logisch. Vielleicht sammeln wir mal die ganze Zeit sternförmige Schweinenasen ein. Ha! Oh, guck mal! Ist da! Oh, ja! Oh, jääää! Nooo! 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 Gott, ich hasse diesen Kerl ja fast noch mehr als ein Lubber, ne? Tchee! 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 Maui! So macht er dann jetzt Mario Platz zur Abwechslung mal. Ich schlatt Mario die ganze Zeit ihn. Klopp! Weißt du, Luigi's Mansion rettet er ihn die ganze Zeit ihn. Alter! und hier macht er dich platt er mich auch okay er ist eine kugel technisch gesehen hat wie soll das gehen auch ich war auch als steinhofen der fien drauf also wobei du nur wenig leichter aussah als du normalen als war ja nur dumm da ich da nicht war gespielt habe ich bleibe bei meiner aussage ist ja gut ist ja gut ich hab's verstanden ja okay okay das ist mit den bots so zum kotzen du musst einfach als erster auf der insel sein und du ruderst eine seite du hast eine und bei uns hat ja wir müssen uns entscheiden ich werde dem bot sagen nur auf und wir müssen einfach nur zu dieser kleinen und über sie halt so sachen wie chips und daumen stemmern mario echt jetzt können wir gerade aus paddeln er paddelt im kreis ja aber wir paddeln in eine richtung und zwar gleichzeitig ja weil er jetzt angst hat vom chip 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 ich finde chip chip immer noch ein schlechter name für diese dinger wirklich die klingen eher so wie vögel chirp chirp halt ich bin super ich mein das ist das ist das ist Vielen Dank. 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 Vielen Dank.